Hallo, 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 der Emero hier jetzt mit einem etwas komisch aussehenden Schnitt. Ähm, was daran liegt, dass ich... Wo hab ich denn gespeichert? Ah, okay, das ist vor Onox. Okay, ähm, ich war gerade ein wenig, äh, konfusselt. Auf jeden Fall, oder? Ist es vor Onox? Ich muss jetzt erstmal gucken. Nein. Gut. Hallo, 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 der Emero hier mit einem etwas... Hallo, Marta, was willst du denn jetzt von mir? Komischen Schnitt. Und ich glaub, das ist meine Flasche, das wär jetzt blöd. Ähm, danke. Ähm, mit einem etwas komischen Schnitt, wie schon gesagt. Denn mir ist aus irgendeinem Grund die Aufnahme... Na, nicht abgekackt, aber Premiere hat Stress gemacht, weswegen mir quasi der Part, der jetzt zwischen dem letzten Boss und dem, was ihr schon gesehen habt mit Onox, ähm, was dazwischen lag, ist quasi verloren gegangen, beziehungsweise nicht komplett auf, in dem Video, denn das wird nach 10 Minuten irgendwie gecuttet. Und der Rest ist einfach verschwunden. Auf jeden Fall, ähm, was ich euch noch zeigen wollte... Cool. Hier klingelt ein Telefon. Geile Geschichte. Sekunde. Nachgelöstem Telefonproblem können wir dann jetzt endlich loslegen. Also wie gesagt, ich wollte euch noch die Heroenhöhle zeigen, wo jetzt auch schon hier... Hallo. ...ein Portal ist, aber ich mach die einfach nochmal komplett. Ähm, ich kenn jetzt dadurch... Gut, ich kannte sie auch vorher schon. Ähm, es ist quasi eine Höhle, die den Spieler dafür belohnt, dass er das Spiel soweit durchgespielt hat, dass er quasi alle Items besitzt. Und, ja, man kann diese Höhle auch dementsprechend nur schaffen, wenn man alle Items hat, denn sonst wird's schwierig. Ich glaub, es ist sogar müff... Ah, ich hätte fast den Krug. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen dann schieben. Und das wird auch so Thema der nächsten Räume sein, also... Freut euch auf viel Geschiebe. Uff, das ist... Ach. Du bist so ein Weichei, Link. Du bist so ein Weichei. Komm. Mach den Kopf zu. Bopp, bopp. Und. Bopp. Dankeschön. Jetzt kommen wir wieder auf den Mantel wechseln. Meinen kleinen Mantel. So, einmal. Und dann zwei. Da rüber. Ähm. Dich schiebe ich mal ganz... Okay. Erstmal erledige ich dich. So. Dann den da runter. Den da runter. Den da rüber schieben. Und schieben. So. Link ist sehr gut im Schieben. Ja. Da drin wäre jetzt... Ich werde übrigens das Wort schieben weiter so betonen, weil ich das gerade sehr lustig finde. Da drin wäre ein wundervoller Göscherkern gewesen. Die größte Belohnung, die man überhaupt erwarten kann. So. Ihr verpisst euch mal bitte. Der Zora dort ist uninteressant für uns. Denn dieser Zora würde uns nichts weiter bieten als ein Passwort für das andere Spiel. Und ich bin jetzt mal so frei und drücke einfach den Knopf. Tue so, als wäre dort noch einmal ein Schlüssel runtergefallen. Da, 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 da. Und dann tue ich so, als würde ich diesen Schlüssel jetzt aufheben. Und würde damit diese unsichtbare Tür hier öffnen. Oh Gott. Oh. 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 Oh, Hände. Oh, ich hasse diese Vieh hier. Okay. Ich hüpfe einfach weiter. Denn das macht mir wundergroßen Spaß. Was ist wundergroß für ein Wort? So. Damit wird der Raum geschafft. Dankeschön. Und schieben. Wie gesagt, es ist quasi das Running Theme der ersten Räume. Schieben. Ganz viel schieben. Wunder, wunder, wundervoll. So. Dann wieder der Mantel. Mit dem Knopfdruck hier würde quasi die Truhe erscheinen. Oh Gott, Gegner. Ich lasse euch einfach mal sein. So. Und wir kommen in das nächste Gebiet, wo Fische auf mich warten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Um das mal kurz zu erklären. Es würde quasi so laufen, dass ich den irgendeinen irgendwo hinschieben musste. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall taucht diese Truhe auf, wenn man die Fackel da oben anzündet. Ich kann das jetzt nicht mehr zeigen. Das ist das Blöde. Ähm. Und die da müssen wir anzünden. Mit der zusammen. Damit das dann verpiss dich erstmal. Fil-Fisch. Damit dann einem letztendlich dort ein Lichtlein aufgeht. Gott. Wie ging das? Nicht so. Ich glaube, ich musste hier lang. Ich musste den. Den. Es ist ein wenig. Das sind schon quasi so die Schieberätsel Level 2. Immer noch nicht wirklich anspruchsvoll, aber auch nicht mehr wirklich einfach. So. Einmal. Zweimal. Dankeschön. Das Schwertchen. Das Schwertchen ausrüsten. Hü. Schießt du etwa auf mich? Alter. So. Hier gibt es... Oh Gott. Was musste ich hier tun? Ähm. Eigentlich musste ich hier alle Gegner töten. Aber das überspringen wir jetzt einfach mal ganz gekonnt. So. Haha. Hier Bomben. Hätte man keine Bomben, hätte man das nicht schaffen können. Ein wundervolles Rätsel. Wie gesagt. Dieser... Ich will nicht mal wirklich Dungeon sagen. Aber irgendwo ist es das halt schon. Dieser Dungeon prüft quasi wirklich, ob man die Nutzung mit allen Items verstanden hat. So zum Beispiel. Hey. Jetzt kommen wir rein. Hier wären wir dann quasi in Dungeon Nummer 5 im... In der Magnethölle. Ich kann es aber auch eigentlich austricksen, weil ich den Greifen natürlich schon habe. Ungefähr so. So. Ich hasse diesen Drehtrick dabei. Moment. Das war falsch. Das war... Sowas... Von falsch. Da muss ich nämlich hin. Da will ich dann... Rüber. Lass mich da rüber. Dankeschön. So. Hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe den Raum und mir wird schon schlecht. Ohne... Oh, wow. Bin ich gut vorbereitet. Oh. Wow. Bin ich gut. So. Bopfts. Ich sagte... Bop. 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 Ihr seid Geschichte. Ähm... Da ist mein Boomerang. Na, der Raum... ...ist quasi... Yep. Oh, das war. Oh, das war. Äh. Äh. Ah. Ne. 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 Ich muss da hinten rein. Aber das ist Timing-mäßig gerade irgendwie ziemlich. nicht. Nein. 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 Komm schon. Muss doch nur einmal... Alter, verarsch mich nicht. Bis nach... Ganz da. Hinten. Mh. Danke. So, jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir nämlich auf den zweiten zielen. Nein, nicht auf den ersten. Auf den zweiten da hinten. Haha. Das war... Nein. Gott. Nein. Es ist so ein Scheißraum. Ey. Ey. So, jetzt nur noch dich. Dritten da. Wow. Nein, 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 nein. 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 Nein, 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 nein. Hahaha. Jetzt sind sie alle wieder blau. Das ist aber auch mal timing-mäßig so hinzukriegen, ne? Ne. Komm schon. Komm schon. Jetzt ist dieser Mist-Boomerang dahin. Boomerang-Schalter. Oh, ich krieg zu viel. Oh, komm schon. Komm schon. Oh, komm schon. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Ich meine, das Spiel haben früher kleine Kinder gespielt. Ich war damals auch klein. Und ich hab das auch hingekriegt. Ich weiß gerade nicht mehr wie, aber... Meine Fresse. Ach, komm schon. Danke. Oh, war das ein Kampf. War das ein Kampf. Okay. Ihr seid lustig, denn ihr könnt feuern. Wuhu. Äh, ja. Dieser Raum eben hat gerade quasi sämtliche Motivationen, die irgendwo in mir steckte, getötet. Denn er war schrecklich. Und... Blums. Und... Blums. Ähm... Ich hab gerade vergessen, wie das ging. Moment. Genau. Da war doch was. Haha, ich erinnere mich. Ähm... Dich kann ich verwerten. Ums. Ums? Dich kann ich auch noch verwerten. So. Und... Jetzt muss ich überlegen. Dich konnte ich auch noch irgendwie benutzen. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Dann schieben wir dich erstmal darüber. Ich bin gerade ein wenig leise. Das tut mir gerade sehr leid. Ähm... War das richtig? Oh Gott. Wenn das jetzt falsch war, dann... Ne, das passt sogar. Das passt sogar. Das passt sogar sehr gut. Das passt sogar wahnsinnig gut. Unglaublich. So. Ähm... Hier wollen wir jetzt nacheinander... Ich mach es. Einfach, auch wenn es eigentlich nicht nötig ist. Und das mich garantiert ziemlich viele Herzen kosten wird. So. Wir müssen hier quasi nacheinander alle Gegner töten, die jeweils zufällig spawnen. Je nachdem, auf welchen Schalter man springt. Hallo, blaue Ritter. Ihr seid doch wahnsinnig nervig mit euren verdammten Speeren, die ihr da werfen tut. Gut. So. Jetzt will ich den da. Danke. Oh, Häschen. Ähm... Ich hab nur noch 24... 22... 22... 22... 20... Ich hab das so verstanden, dass die zufällig manchmal diese Hasen wegschleudern. Oder lähmen. Oder... Ach, leck mich doch. Seid ihr doof. Danke. Würdest du auch bitte wieder aufwachen? So. Fühle dich weggeschleudert. Oder... Ey, du bist aber auch ein nerviger Hase, ne? Hier. Du kriegst eine Bombe. Du wirst hier nicht rausgefeuert. Du fliegst... Och, nein. Das Spiel hat aber auch echt alles hier gehabt, ne? Warum wollte ich den Dungeon nochmal nachzeigen? Weil er irgendwie wichtig war? Ich krieg hier einen Ring. Ich krieg hier einen verfickten Ring raus. Mumien. Mumia. Mum... Mi... Äh... Mumia. Mumia. Hüpfig. Haben die einen echten Namen? Sonst bleiben die für mich jetzt nicht hüpfiger. Und... Ah, dieses Gepiepse nebenher, ne? Es ist... Es ist gerade wirklich eine Frustrunde Zelda hier. Es ist wirklich... Frust... Frust... Oh, Gott. Haben sie aber auch die schlimmsten Gegner im Spiel für diesen... Äh... Raum hier rausgesucht, ne? Komm her. Komm her. Komm her, ich geb dir. Dir geb ich. Und du... Ja. Hahaha. Gut. Stimmt. Und wenn der achte tot ist, dann... Würde dort in der Mitte quasi ein Schlüssel für hier rausfallen. Ich wollte es natürlich nur mal zeigen, damit die Leute auch sehen. Hier von wegen... Hier von wegen... Na, la, la, Emero schummelt. Ihr könnt mich mal. Ich... Wo weiß nämlich, dass solche Leute kommen würden, wenn ich das jetzt nicht mehr zeigen würde. Einfach sagen würde, ja, ich hab da noch so einen Ring gefunden. Das wird keiner wollen. Das wird keiner von euch wollen. Ihr mögt es, wenn ich mich so ärgere. Ich weiß es doch. Du bist ein Mistvieh. Ich komm hier runter. So. Warum erledige ich die überhaupt? Ich weiß es nicht. So, wir wollen schummeln. Wollen wir schummeln? Ja. Also. Theorie. Der Boomerang soll durch diesen Parcours geführt werden und diesen Schalter treffen. Praxis. Man nehme den Boomerang. Man nehme eine Wand. Und man laufe. Irgendwie so ging das. Ich müsste ihn aber rein theoretisch so rumführen können. Ah, oder... Mich in den nächsten besten Abgrund... Abgrund... Abgründ... Stürzen. So, danke. Und hier ist quasi ein Opi. Hallo, Opi in blau. Ähm, du hast dich wirklich tapfer geschlagen und bis hierher zu gelangen. Doch, es gibt eine letzte Probe für den wahren Helden. Klar. 60 Rubine. Öffne die Truhe in richtiger Reihenfolge. Ihre Position gibt einen Hinweis. Sieh genau hin. Hm? Sieh genau hin. Ich hab's... Nie verstanden. Ich weiß aber, dass es hiermit anfing. Dann... Hier weiter ging. Dann... Der war... Daraufhin... Daraufhin... Der... Der... Ähm... Dann die... Dann die da unten... Und dann die da oben. Wow! Ta-ta-ta-ta. Und dafür kriegen wir, wie schon erzählt... Einen Ring! Oh, wundervoll! Oh, wundervoll! Ähm... Jetzt hätte ich gerne mal von wem erklärt, ähm... Warum war es diese Reihenfolge antrunken? Hallo, Marta! Was hast du diesmal für mich? Nix Spannendes! Außer Herzen, die dafür sorgen, dass das Piepen aufhört. Oh, das wär doch schon mal nett. Danke. Nee! Nüt! So. Dann heilen wir uns einmal. Und... Ja, wie gesagt, ich hätte gerne mal von wem erklärt, warum das so ist. Und jetzt werde ich noch was machen. Nachdem ich darum gebeten wurde. Ähm... Und wo? Ist grad Frühling? Ist grad ernsthaft Frühling? Das wär natürlich... Ideal! Denn da ist ein goldener Gegner. Sehr gut. Das wäre dann die goldene... Schattengarde hießen die, glaub ich. Irgendwie sowas. Stirb, goldener Gegner! Stirb! Mit deiner wahnsinnig mächtigen KI. Und dann erinnere ich mich daran, dass wir den goldenen Octorok, glaub ich, schon gesehen hatten. Und dementsprechend... Oh Gott! Wie komm ich da jetzt am schnellsten hin? Ich würd sagen, so komme ich am schnellsten dahin. Jetzt bräuchte ich hier ein Bäumchen, dass ich auch rankomme. Das ist jetzt blöd. Haben wir hier irgendwo nicht ein Bäumchen gehabt? War da kein... Nein, da war kein Bäumchen. Hier ist aber ein Bäumchen. Hallo Bäumchen! So, wir wollen jetzt Herbst machen. Das ist der Sommer. Und das ist der Herbst. Und dann... Passt auf, Jungs und Mädchen. Hier lernt ihr noch was. Es ist hier wieder Frühling. Ja! Hier... Lernt ihr... Auf jeden Fall noch was. Was willst du denn von mir? Ach! Fuck it! Jetzt mal ernsthaft. Äh... Ne, das zählt, glaub ich, sogar wirklich komplett als eigenes Gebiet. Und dementsprechend kann ich mich hier drehen und wenn, wie ich will, das macht nix. Gut! Dann wird das jetzt eine wahnsinnig spannende Folge, denn jetzt heißt es den Weg da hoch im Dungeon suchen. Derp. Quasi. Äh... War das nicht direkt hier? Keine Ahnung mehr. Gut! Gut... Dass ich... Dass ich... Nein, hier war das nicht. Gut, dass ich so vorbereitet bin, wollte ich gerade noch gesagt haben. Hahaha! Dann war das hier oben. Na, da ist ein Pfeil. Da will ich aber nicht hin, ich will euch alle einfach abschlachten. Brutal ermorden. So. Das war hier. Das war ganz bestimmt hier. Stirb, 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 stirb! Äh, man sollte ihn noch treffen. Dankeschön. Und dann konnte man hier lang. Dann waren da diese großen Terrorviecher. Ja, ich erinnere mich. Dann war das doch, glaube ich, hier hinten. Lange ist es her gewesen, dass wir... Dass es das... Ja, dass ich deutlich geredet habe. Dass wir in der Schlangengrube waren. So hieß der Dungeon doch. Ja. Jetzt muss ich mal gucken. War das hier? Ich wette, es war nicht hier. Und wir verschwenden gerade nur sinnlos unsere Zeit. Ach, fuck. Geflugte Fledermaus. Ha. Ich weiß es gerade ehrlich nicht. War hier... Oder war hier nur die... Oh Gott. War hier nur die... Nein, hier war nicht nur die Truhe. Hier muss mehr gewesen sein. Aber war hier das, wonach ich gerade suche? Das wäre jetzt ziemlich beschissen, wenn nicht. Dann schreie ich. Ein bisschen. Na, hier war... Ich hätte einfach das Portal nutzen können. Ta, 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 ta. Ich bin so ein Genie. Genie! Nein, das war nicht hier. Ich meine nicht. Ich meine, das wäre schon viel eher gekommen. Wo bin ich denn jetzt? Genau, wir gucken einfach mal, was hier noch lustig ist. Weil hier war gar nichts. So ein Scheiß. So ein... Bullshit. Hey, ich habe ein Rätsel gelöst. Gratulation. Na, pack, pack. Schön. Ah, das war dumm. Wie komme ich da rauf? Ich brauche doch nur den Herbst vor der Schlangengrube. Dann ist alles in Ordnung. Und wir sind alle glücklich. Hallo, ihr Mistviecher. So. Ich gehe erst mal hoch. Hier war das aber auch nicht. Oh! Hm! Ich erinnere mich. Glaube ich. Klar, es gab doch noch den... Komm her! Andern... Weg. Hallo, du Terrorviech. Nein, ich möchte nicht mit dir kuscheln. Nein, ich möchte da einfach runter. War das hier? Oh, natürlich war es hier, oder? Ich kenne mein Glück. Es war hier. Ja, da war die Treppe. Hallo, Treppe. Hey, wie gesagt. Komm, wir gucken dabei zu, wie der Emi ganz viel Zeit verschwendet. Wow. Also, wir machen Herbst. Ups. Und rups. Dann können wir auch gleich noch mal in die Höhle gehen, die wir uns nie angesehen haben. Nehme ich da rechts. Aber erstmal will ich... Ach, das kann ich eigentlich dann drin lassen. Stirb, Moblin. Stirb. Stirb. Einfach. Rums. Friss Kalkenstahl. So. Moblin erledigt. Wie gesagt, ich meine, wir hätten den Octorok auch schon gemacht. Den haben wir so zufällig. Oh, was haben wir denn da? Gib mir... Ich sehe es kommen. Einen Gascherkern oder einen Ring. Einen Ring. Oh, wie wundervoll. Juhu. Ähm... Auf jeden Fall geht es jetzt noch, wenn ich das gerade rechtlich im Kopf habe. Äh... Da hin. Spindelsumpf. Genau. So. Da, 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 da. Da, da, da. Marta. Ist mir gerade beschissen. Egal. So. Hier ist der Eingang zu den Tarmruinen. Okay. Habe ich das damals echt einfach nur so blöd verbockt, dass ich den übersehen habe? Wir machen erstmal Sommer, um hier hochzukommen. Damit kann ich hier nämlich rüber. Ich meine nämlich, es wäre Winter gewesen. Und dann hier, oder? Ja, ein Goldener. Mistkrücken-Löwentier-Vieh-Gbims-Teil. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen alten Mann glücklich machen können. Oder ob wir echt nochmal den Octorok machen müssen. Von dem ich eigentlich meine, wir hätten ihn gemacht. Wir gehen ins Horondorf. Damit das Ganze schön schnell geht. Mit Pegasus-Kern. Blups. Miau. Einfach hier lang. Ist gerade alles egal. Ist gerade alles egal. Hauptsache, das geht schön schnell. Lelelelelelelelelelele. So. Hier oben irgendwo. Äh. Fuck. Moment mal kurz. So. Ich bin ein Idiot. Ich muss erst hier rüber. Ha. Gut. Ähm. Wir brauchen den Sommer. Jetzt funktioniert das Ganze auch. Denn jetzt müsste... War das hier. Bitte sag mir, dass das hier war. Ich bin mir gerade unsicher. Ja, es war hier. Gut. Höhle. Alter Mann. Gold. Du hast alle vier goldenen Vasallen besiegt. Du hast dich als der Warenkraft würdig erwiesen. Und kriegst einen Ring. Fuck you. So. Ein Ring. Juhu. Auf jeden Fall wäre damit auch die Aufgabe gelöst. Es hat einige Leute gegeben. Ich glaube, zwei Kommentare. Einige. Zwei. Ist alles dasselbe. Auf jeden Fall wurde danach gefragt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das noch mit rein. Und werde jetzt nochmal kurz zeigen, was die Ringe denn eigentlich sind und was sie bringen. Und wenn dann wer fragt, warum sie nicht im Video das hier nach noch kommt, also quasi im Finale sind, ähm... Ich hatte sie in der Aufnahme nicht. Also zumindest den für die Vasallen nicht. Die habe ich mir vergessen. Jetzt kriege ich auch noch einen Ring für tausendbezwungene Monster. Wundervoll. Lass uns doch mal unsere Ringe schätzen. Ein Zora-Ring. Kein Atmen unter Wasser nötig. Das heißt, ich könnte unendlich lange tauchen. Dann haben wir den Kraft-Ring Level 3. Das wäre der aus der Heroen-Höhle. Schwertkraft um 3 erhöht, aber auch der erhaltene Schaden um 3 erhöht. Nicht so cool. Dann hätten wir den Ring aus der Höhle vor der Schlangengrube. Das war ein Moblin-Ring. Wundervoll. Dann hätten wir den Ring für tausend Monster. Der Courage-Ring tausend Monster besiegt. Das ist es, was dieser Ring ist. Er ist nichts. Und für die goldenen Vasallen gibt es den roten Ring. Schwertkraft mal 2. Ja, den hätte ich gut gebrauchen können. Den habe ich voll vergessen. Auf jeden Fall haben wir den jetzt hier noch. Mindestens so. Juhu, wir haben den roten Ring. Und damit würde ich sagen, das war es für heute. Morgen seht ihr dann wieder mit einem komischen Schnitt das Finale zu Zelda Oracle of Seasons. Bis dahin und tschö tschö. Bis dahin.